Ernsthaft? Ist das einzige, was ich jetzt hier machen kann an dem Ding, ist hier die Farbe wechseln oder wie? Wirklich jetzt? Komm hier, Tarnfarbe. Aber ich dachte, ich kann hier aber ich dachte, ich kann hier vielleicht noch irgendwie Verbesserungsmodule oder irgendwas herstellen. Also die Farbe ist gut. Die linke Seite müsste was anderes anzeigen. Set da. Also ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nur in die Mitte klicken. Also ich kann den Namen ändern. Ich kann auf fertig gehen. Ansonsten kann ich hier nichts machen. Nicht am Bildschirm. Ah. Ah. Danke. Das erklärt einiges. Ah. Das macht sehr viel besser. Wasser. Stufe 1 Modul. Das kann ich herstellen. Das habe ich aber schon drin. Das ist nicht stapelbar. So. Das Solarladegerät könnte man reinmachen. Das Abwehrsystem wäre vielleicht nicht verkehrt. Da fehlt mir dieses Gel wieder und da fehlt mir das Magnetid. Da kann ich nicht viel machen, ey. Hm. Da brauche ich noch ein paar Sachen, würde ich behaupten, ne? Aber die Farbe gefällt mir. Die ist gut. Ähm. Tja. So. Da weiß ich dann auch nicht, ne? Da weiß ich dann auch nicht. So. Äh. Die nehme ich mir mal raus. Und dann lasse ich hier meine Energie mal wieder arbeiten. Und zwar. Guck mal. Schmeiß mal hier mal rein. Ah. Guck mal. Das sieht doch schon viel besser aus. Ein Haufen voller Batterien. Da freue ich mich drauf, wenn ich das sehe. Ja, das war für den Zyklopen. Zum Glück habe ich das noch nicht eingebaut. Können wir gleich mal die Energie hier wieder leer saugen. Schmeiß die leeren da rein mal kurz. Boah. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Mit der Karte hier kann ich allgemein nicht so wirklich viel anfangen. Die ist halt so. Ja. Die ist halt so. Die ist halt da, ne? Das ist halt hier um mich rum. Aber ich finde, man erkennt auch nicht so wirklich viel auf den Karten. Die sind komisch. Ja, dann weiß ich auch nicht. Was machen wir denn da? Die haben aber nur eine begrenzte Reichweite, ne? Die Kameras. Ja, die haben Energie. Dann sind die wieder alle und dann muss ich die wieder einsammeln. Ja. 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 Das habe ich. Ch–, krieg ich ein beschissenes Bild hier. Schlecht. Wie weit kann man das treiben? Ich glaub, besser wird's nicht, ne? Wie ist der mal gerade eingefallen, dass ich irgendwas vergessen habe? Oh Gott, ist wieder ein Clip entstanden. Die muss ich mir nachher angucken. Ja, also die Kameras sind natürlich ein bisschen... ...nur von dem kleinen Feuer heute. Ja, es kam sehr überraschend alles für mich. Wie immer, alles. So, dann kann ich hier wieder dran, oder? Oh. Plupp. Gut. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Hm. Hm. Was machen wir denn da jetzt? So, jetzt muss ich aber noch mal kurz was gucken. Also, ich brauche auf jeden Fall was, dass ich noch tiefer runterkomme mit der Seematte. Ah, Fahrzeugerweiterungsstation. Okay. Und das kann ich an der Modifizierungsstation machen. Kann ich die denn herstellen? Kann ich sowas. Äh. Die Modifizierungsstation kann ich nicht herstellen. Okay. Das ist doof. Und ich habe da nichts mehr drin in meinem Energiespeicher. Das ist noch viel doofer. Ah ja, hier. Ich brauche hier so ein paar, äh... Ach, du kannst auch mal herkommen. Hallo? Ich brauche da ja immer so ein paar Freiwillige, die ich da in den... ...diesen Bio-Dings da, Bums da schmeißen kann. So, du kommst auch mal mit. So, du kommst auch mal mit. Guck mal. Ja, ich ess gleich was. Ich schmeiß aber mal kurz die Fische da rein. Die behalte ich, daraus mache ich mir wieder Wasser. So, dann schießt die Energie auch gleich wieder hoch. Die gute Kartoffeln, ja? Und warum gute Kartoffeln? Weil Kartoffeln besser einfach als Nudeln sind. Kartoffeln sind einfach die besseren Nudeln. Es ist einfach so. So, komm. Der geht noch. Da noch einen Schluck Wasser hinterher. Wer fünf Kilo Kartoffeln gegessen hat, der muss auch mal einen Schluck trinken. Was haben wir hier jetzt noch? Da kann ich noch einen Kabelsatz machen. Das hier ist echt alles so komplett unnötig. Das brauche ich echt nicht. Das interessiert mich auch nicht. Navigationshilfe. Ja, weiß nicht. Sie brauchen länger in der Zubereitung, deswegen mögen die Leute halt eher Nudeln. Äh, ja, das stimmt, aber Kartoffeln sind trotzdem besser in jeder Hinsicht. Ich muss noch mal auf die Suche gehen hier. Nutzt hier nichts. Da müssen wir noch mal ein bisschen suchen gehen, ne? Da ist was drin. Was ist das? Ah, das ist der Laserschneider. Ich weiss jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche. Aber, war es eigentlich da unten? Gibt's hier was Interessantes? Ja, außer nichts nicht viel, ne? Naja, versuch was wert. Aber hier unten ist echt nichts. Mein Inventar ziemlich voll. Ja, doch. Tatsache. Zur Not schmeiße ich das Titan, aber... Das Titan einfach weg oder sowas und das andere Gedingse da. Äh, das Silber. Das krieg ich ja eh an jeder Ecke. Aber wahrscheinlich, wenn ich's dann brauche, würde ich's wieder nicht. Haben wir hier noch ein bisschen was zum Scannen. Da ist wieder so ein... So ein komischer... So ein Wabbeliger. Was bist du? Aua. Meine Simot ist gleich im Eimer. Muss ich mal schnell reparieren. Das ist an jeder Ecke. Du weißt, dass die Sache nicht spawnen. Äh, ja, das weiß ich definitiv nicht. Jetzt weiß ich's. Ah, hier war ich aber schon drin. Bin der Meinung gewesen, das plippte einfach wieder irgendwann auf. Nochmal Laserschneider. Weiß jetzt, jetzt wo ich ihn hab. Danke Spiel, ey. Danke, danke Phoenix Spiel. Hier waren wir vorhin. Da haben wir noch ein Fragteil. Haben wir hier noch was Interessantes. Hier war ich halt auch schon. Vielleicht hab ich hier noch irgendwas übersehen. Aber wie's aussieht eher nicht. Aber wie's aussieht eher nicht. Ich weiß, die blöden Fische mir auch mal hier gegenschwimmen müssen, ne? Oh. Mal wieder so ein. Ja, mir fehlen noch so viele, äh, Dings, äh, Ressourcen, die ich bräuchte. Also Rohstoffe hier, ne? Wie gesagt, Magnetit, ich hab keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Oder dieses komische Gel. Ich hab keine Ahnung, wo ich das... Oh. Das wollte ich nicht, so tief wollte ich nicht gehen. Da hab ich wieder nicht aufgepasst. Ja, dieses komische Gel, da weiß ich halt auch nicht, wo ich das herbekomme. Nö. Nö. Hab's genau gesehen. Ne. Da geh ich nicht hin. Hier kann ich noch mal gucken, ob ich scannen kann. Kurz reparieren noch mal. Haben wir hier was zum Scannen? Nö, ne? Alles unspektakulär. Alles uninteressant. Hier irgendwas Schönes. Auch nicht. Da haben wir noch was. Oh, siehst du mal, die hatten wir noch nicht. Da haben wir noch ein Fläschchen Wasser. Ja, ich geh gleich hoch. Keine Angst. Ja, ich schwimm schon zu meiner Seemotte. Aber da war doch noch mehr drin, oder? Äh. Was, wie? Wie meinen, wie? Ich glaube, das war das Ding, wo ich das letzte Mal reingeschwommen bin, was nicht so gut funktioniert hat, ne? Oh, oh. New blueprint, acquired. Dankeschön. Vielleicht schaffst du es nicht zu sterben. Ja, so langsam, so langsam werde ich besser. Gucken, ob ich das jetzt schaffe. So. Einen Versuch würde ich gerne testen. So. Wo haben wir denn hier schönes? Das kennen wir alles, ne? Das ist die Schubkanone wieder. Und das war's. Mehr gibt es hier nicht. Das ist schwach. Okay. Na dann. Ich seh nix. So, schon besser. Wo muss ich lang? Da. Gut. Dann hab ich hier auch alles abgegrast. Dann gibt's ja auch nicht mehr für mich. Hm. Ob das da ist. Aber nix, was ich scannen kann, oder? Nö. Sagen wir noch ein Wrackteil. Okay. Ah. Haben wir hier noch was interessantes. Das da ist. Was ist das? Kenn ich die schon? Das ist neu. Ich hab wieder was neues gefunden. Ein Gelsack. Ah. Daraus kann ich dieses Gel herstellen. Bestimmt. Aus Gelsäcken kann man Gel machen. Bestimmt. Bin mir ziemlich sicher. So. Haben wir hier noch mehr? Ich brauche noch mehr Säcke. Wo haben wir die? Hm. Das ist jetzt bestimmt wieder super selten, ne? In mir gehen. Ja. was in dem raum in dem ich eben drinnen war oben ob es da weiter geht ich glaube da ging es nicht weiter oder also ich habe zumindest nichts gesehen dass da irgendwie hätte weiter gehen können hier schön weg ich suche nur gelsäcke hier warum kann ich nicht zerkloppen sind es keine zerkloppbaren steine anscheinend nicht ich mag dich nicht die weggebegebe weg da ist noch einer da haben wir wieder ein stein zum zerklöppeln ich hoffe immer mal dass ich da wieder was neues finde aber irgendwie kommst du klar mit der welt oder was ich habe mich erschrocken das geht nicht mach das nicht